Musik Im Zoo kann man nicht nur Tiere beobachten, das ist klar. Deswegen kommen die Besucher ja her. Aber wir versuchen natürlich auch noch andere Attraktionen zu bieten. Musik Wir sind zwar ein städtischer Zoo und werden auch von der Stadt finanziert, zum großen Teil. Der Rest speist sich aus den Eintrittsgeldern, aber Zoos sind auch sicherlich immer bemüht, Trittmittel zu generieren. Sei es eben aus Stiftungen, sei es aus Spenden, sei es aus Sponsoring-Aktivitäten. Und das wird bei uns in der Abteilung vorliegen. Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch eine ganze Reihe von Festen und Veranstaltungen, von Vorträgen, von Lesungen, die regelmäßig im Zoo über das Jahr verteilt stattfinden. Musik Der Frankfurter Zoo ist nicht besonders groß. Er gehört zu den flächenmäßig eher kleinen Zoos. Er hat elf Hektar. Aber der Vorteil ist, er liegt mitten in der Stadt und ist von allen Seiten gut erreichbar. Musik In der Regel haben wir knapp unter einer Million, also etwas über 900.000 Besucher pro Jahr. Musik Jungtiere sind natürlich immer eine besondere Freude. Also auf der einen Seite, weil man sieht, den Tieren geht es gut, die sind entspannt. Die tun das, was sie in der Natur auch tun würden, nämlich Jungtiere aufziehen. Sie sind natürlich auch Besucherlieblinge, ganz klar. Noch dazu, wenn sie so niedlich sind wie so ein Tigerbaby. Und jetzt haben wir Anfang April, ist die kleine Brani geboren. Und sie macht nicht nur der Mutter viel Freude und hält die auf Trab, sondern auch uns und insbesondere den Zoobesuchern, die wirklich an der Scheibe kleben und gucken, was die Kleine so macht. Ganz schön viel Blödsinn mittlerweile auch. Der Bereich Kommunikation ist sehr, sehr umfassend bei uns. Wir machen die gesamte Pressearbeit, wir machen die Öffentlichkeitsarbeit und wir machen die Veranstaltung. Wir machen aber auch das Fundraising, denn der Zoo braucht ja auch Geld. Musik Musik Ein absolutes Highlight eröffnen wir momentan. Gerade sind wir in den letzten Zügen für unsere große neue Bärenanlage. Am 3. Juli wird es soweit sein und dann eröffnen wir die Anlage für Brillenbären und schwarze Brüllaffen. Musik Musik